Die Nasenkorrektur ohne OP wieder bei einer Frau, wo man einen tiefen Höcker sieht und dann die Nasenspitze etwas runtergefallen ist und dann einen Bogen da vorne hat. Und diese drei Punkte Nase, die wir hier durchführen müssen, damit es ein optimales Ergebnis gibt, ist jetzt erfolgt. Und man sieht hier, wie schön gerade die Nase geworden ist. Es ist faszinierend und nach zehn Tagen wird die Behandlung, das ist ja das Sofortergebnis, nach zehn Tagen wird das Ergebnis noch perfekter aussehen und ich freue mich jedes Mal, so eine Nase präsentieren zu dürfen.